Wie Coca-Cola mein Aussehen veränderte. Ich gebe zu, langsam werde ich alt. Ich merke es zum Beispiel daran, dass ich in meinem immer noch hippen Lieblingsrestaurant sitze und plötzlich feststelle, dass die Teens um mich herum immer mehr werden. Und schlimmer, dass sie auf den zweiten Blick gar keine Teens mehr sind, sondern schon Studenten. Dabei dachte ich, ich sehe mit meinen 31-Jährchen noch einigermaßen frisch aus und falle unter ihnen nicht weiter auf. Und schon hat mich mein Teenager-Ego wieder eingeholt. Als ich halb so alt war wie jetzt, hatte ich ähnliche Wahrnehmungsprobleme. Ich war ein Teenager Marke Graue Maus, dachte ich jedenfalls. In meiner Klasse hatte ich zwar einen Status erreicht, mit dem ich ganz zufrieden sein konnte, aber nun, in der Oberstufe, die direkt vor mir lag, stand eine komplette Neuverteilung der bisherigen Machtstrukturen an. Was meine Beliebtheit anging, lag ich als beste Freundin, die allen immer zuhört, und zweitbeste Schülerin ungefähr im Mittelfeld in meiner Klasse, die in den letzten Jahren immer mehr geschrumpft war. Wir waren die Chaoten und Loser unter den drei Zehnerklassen und hatten unseren Ruf sowohl bei den anderen Lehrern als auch bei den anderen Schülern weg. Viele von uns schafften es nicht, in die Oberstufe und noch weniger bis zum Abitur. Es war jetzt also nicht so schwer, unter diesen Bedingungen einigermaßen gemocht zu werden und passable Noten nach Hause zu bringen. Und was den Punkt Beliebtheit betraf, ich hielt mich für eine Mitteldicke, also für Mittelmaß. Für mich war das ganz besonders wichtig, weil ich als Vollschlanke, so nannte mich meine beste Freundin, liebevoll und betonte stets, dass sie damit meinte, ich sei voll, also total, schlank. Im Sportunterricht wegen meiner X-Beine bald vom Sportlehrer zu hören bekam, ich sei total, also voll, unsportlich. Dass ich mich innerhalb von fünf Jahren vom Moppelchen zum halbwegs proportionierten Weibswesen entwickelt hatte, konnte ich nun immer noch nicht so richtig glauben. Jetzt also, in der zehnten Klasse, am Übergang zur Oberstufe, sollte wieder alles anders werden. Mühsam hatte ich mir im Laufe der Jahre meine Mittelfeldposition erarbeitet und hatte nun ungeubtlich Schiss, wieder die dicke, unsportliche und unbeliebte Nicole zu werden, die ich mal gewesen war. In der fünften und sechsten Klasse hatte mich eine Mitschülerin wegen meiner Unsportlichkeit und dem Kleinkindfett im Gesicht gemobbt und weil ich nicht die richtigen Radlerhosen anhatte und eine Brille trug. Aber der Hauptgrund war wohl weniger mein falsches Outfit gewesen, sondern mein schüchternes Wesen. Bevor ich Gott kennenlernte, hatte ich Angst vor Menschen. Ich war zurückhaltend und mir fiel es schwer, Nein zu sagen. Nachdem ich Jesus in mein Leben gelassen hatte, änderte sich das nach und nach, allerdings ohne, dass ich es großartig bemerkt hätte. Ich ging nun offener auf Fremde zu. Ich wusste ja jetzt, dass da jemand ist, der mich liebt, so what, wenn sie mich nicht abkönnen, dann können sie mich mal, habe ich mir oft gesagt und auch danach gehandelt. Ich hatte mehr Interesse an anderen, hörte ihnen zu, war neugierig darauf, ihnen zu begegnen und hatte weniger Angst davor, wieder abgelehnt zu werden. Zumindest bis ich in die Oberstufe kam. Dort hatte ich bald das Gefühl, mich wie auf Planken zu bewegen, der tiefe Ozean unter mir und keine Insel weit und breit. Um ein wenig Sicherheit zu gewinnen, verhielt ich mich weiter so wie bisher. Vielleicht sogar noch ein wenig gewagter. Denn Gott hatte mir immerhin immer wieder versichert, dass er mich liebt. Also dachte ich, wenn sie mich nicht mögen, dann auch dafür, wer ich wirklich bin. Ich war Christin, also zeigte ich das auch. Ich diskutierte in Reli und hielt Referate. Ich gründete für eine kurze Zeit eine kleine Gebetstruppe, die sich auf dem miefigsten Mädchenklo traf. Darunter waren auch eine entschiedene Heidin, eine Esoterikerin und eine Neuapostolin. Erst später ging mir auf, wie besonders diese Zusammenstellung war. Damals hielt ich das für normal. Ich trug zerrissene Jeans mit christlichen Sprüchen drauf und auf die Schuhspitzen meiner Docks zeichnete ich mit Edding eine ganze Ichtis-Familie. Ich trug meine Schulbücher in einem Armeerucksack durch die Gegend, auf den ich das Logo von Coca-Cola gemalt hatte, allerdings mit einem anderen Schriftzug, In Love with Jesus Christ. Die ganze Zeit über dachte ich, ich wäre wieder eine Außenseiterin. Jetzt aber war es meine eigene Entscheidung. Und damit war ich zufrieden. Ich war weiterhin lieb und relativ still und kein wirklicher Revoluzzer. Ich hatte meine Freunde, keine besonderen Feinde und bewegte mich als Vollschlanke mitten im Mittelfeld der Beliebtheits-Skala, dachte ich jedenfalls, ich dachte wirklich viel. Bis zur Abschlussfeier. Wie immer gab es an diesem Abend einige Typen unter uns, die sich auch in feinster Robe volllaufen ließen und einem danach einen Knopf an die Backe laberten. Ich kannte das. Ich war ja weiterhin die beste Freundin, die immer allen zuhört. Gegen Ende dieser etwas blamablen Feier kam ein Typ auf mich zu, der mir bis dahin immer bewusst aus dem Weg gegangen war. Er gehörte zu den coolen, beliebten Jungs, die sich zwar ab und zu mit uns Mittelfeldmädchen unterhielten, sich aber sonst nicht weiter zu uns herabließen. Ich kannte ihn kaum, obwohl ich fast alle Kurse mit ihm gemeinsam besuchte. Bevor wir uns nie wieder sehen, muss ich dir ganz dringend noch was sagen, nuschelte er. In seinen Augen konnte man schon den Sektperlen sehen. Du bist betrunken, sagte ich nur und wollte ihn stehen lassen, aber er hielt mich am Arm fest. Nee, ist mir echt wichtig, dass du das weißt, beteuerte er und kam ungewöhnlich nahe an mich heran. Auch das kannte ich von den abgefüllten Kerlen und Tussen aus unserer Stufe. Außergewöhnlich war nur, dass er überhaupt getrunken hatte, das tat er sonst selten. Die Beliebtesten tranken schließlich in Maßen und wussten, wo die Grenzen waren. Immerhin. Ich blieb gelassen, obwohl ich schon befürchtete, dass er jetzt eine Tirade darüber ablässt, wie bescheuert er mein Gehabe findet. Insgeheim hatte ich so etwas schon die ganzen Jahre erwartet und war ziemlich überrascht, dass mir bis jetzt niemand die Meinung gegeigt hatte. Solch ein Abend war doch die perfekte Gelegenheit für eine Abreibung, dachte ich. Dann mal raus damit, sagte ich, bewusst gelangweilt. Also, er holte tief Luft, ich wollte dir schon immer mal sagen, dass ich dich bewundere. Ich lachte und dachte, jetzt will er mich wirklich hops nehmen. Braust mich gar nicht auszulachen, hab mich deswegen ja nie getraut, dir das zu sagen. Du bist ja eine von denen, an die sowieso keiner rankommt. Gott, ich meine, schau dich mal an. Groß, blond, blauäugig, schlank. Ich meine, da traut man sich ja nie. Was wollte ich sagen? Ach ja. Mir blieb die Luft weg. Er aber hatte sich jetzt erst richtig warm geredet. Was ich die Oberhärte finde, ist, dass du dann, wo du so gut aussiehst, auch noch so nett bist. Wie geht das denn? Und dann zeigst du auch noch nach außen hin so offen, dass du Christ bist. Ich hab mich das ja all die Jahre nicht getraut, das zu sagen, was mir Jesus bedeutet. Ich gehe in eine freie Gemeinde. Wusstest du das? Nee, wusste ja keiner. Aber du, du trägst das offen mit dir rum, und redest auch noch im Unterricht darüber. Ich sag dir eins. Du bist für mich echt ein Vorbild. Wenn ich mal erwachsen bin, will ich so werden wie du. Keine Frau versteht sich, aber so eine Type wie du. Mann, bist du cool. Du bist so unglaublich cool, dass du Jesus als Coca-Cola-Label mit dir rumträgst? Irre. Weiter so, schöne Frau. Ehrlich. Bist klasse. Dann haut mir der Typ, einer der Schönlinge und beliebtesten Kerle unserer Stufe, seufzend auf die Schulter, zwinkert mir zu und geht. Jetzt mal ehrlich, was soll man dazu sagen? Da denke ich, all die Jahre, ich hätte es gerade so ins Mittelfeld der Beliebt- und Beleibtheit geschafft, halte mich für einen Freak und kultiviere das auch noch. Und von außen werde ich für jemanden gehalten, der beliebt und ganz offensichtlich überhaupt nicht beleibt ist. Am Ende meiner Oberstufenzeit hatte ich eines gelernt. Ich denke zu viel. Und ich denke oft falsch über mich. Was ist also die Moral von der Geschichte? Der Mensch denkt, Gott lenkt. Egal wie wir uns selbst und wie uns andere wahrnehmen, Jesus bleibt der einzige und richtige Maßstab, wenn wir wissen wollen, wo wir hingehören. Ob Loser, Mittelfeld oder Oberkula, All das ist nicht entscheidend. Allein die Liebe zählt. In love with Jesus Christ.